Wir sind noch nicht fertig für dieses Jahr. Heute schauen wir uns noch die neue und fünfte Staffel von Pokémon an. Konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, die noch zu holen und noch in diesem Jahr anzuboxen. Das musste einfach sein. Ab Staffel 6 gehen dann auch meine Lieblingsstaffeln los mit Maike. Aber das dauert noch ein bisschen. Jetzt erst mal Staffel 5. Hier haben wir nochmal das Cover. Master Quest. Wie immer unser Rücken mit der Staffelzahl. Auch nochmal auf der anderen Seite. Und natürlich unsere Rückseite. Das passiert. Wir haben wieder ein paar Ausschnitte. Mit allen 64 Episoden auf DVD. Und das Ganze geht 135 Minuten lang. Und wie immer der Hinweis. Es ist Anime. Wie sollte es auch anders sein. Dann unsere O-Card weg. Haben wir nochmal genau dieselben Motive wie auf der O-Card. Es gibt jetzt übrigens schon ein Vorab-Cover für Staffel 1. Aber ich glaube, ich werde mir die ersten beiden Staffeln nicht nochmal holen. Vor allem, weil die wirklich sehr ähnlich aufgemacht sind. Mal gucken. Wir haben einen Episodenguide, der bei mir leider etwas abbekommen hat. Also hier ist, seht ihr das, der Abdruck von diesem Hubbel vom Halter. Aber gut. Das wird wahrscheinlich bei allen so werden. Und da haben wir sie. Wir haben insgesamt acht Disks. Nochmal Misty zum Abschied. Obwohl ich sie ja auch sehr mag. Und ich teile ihre Liebe zu Wasser-Pokémon. So. Und dann. Lasst mich mal die Scheiben ein bisschen richten. Dann muss ich die nämlich nicht alle einzeln rausholen. Ich glaube, das würde sehr lange dauern bei acht Scheiben. So. Zwo, vier, sechs, acht. Jawohl. So. Hier haben wir die ersten beiden. Mit neun bis sechzehn. Und eins bis acht. Dann haben wir hier drei und vier mit diesen Motiven. Dann, wenn wir das Ganze umklappen, haben wir fünf und sechs. Einmal hier. Und sieben und acht nochmal hier. Es ist also wieder wunderbar zum Klappen. Hält auch wirklich gut. Also wenn man das hier vorne aufklappen will, ist das ziemlich fest. Also das hält sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. Ich finde es echt interessant, welche Pokémon man genommen hat für die Scheiben. Das wirkt ein bisschen random. Aber wer weiß. Ich glaube, das habe ich schon das letzte Mal verpfeilt. Wir haben auch hier wieder ein Wendecover ohne FSK-Logo. Also wunderbar. Kann man sich das auch ersparen. Ja, gut. Und dann, wie immer, ganz, ja, nett aufgemacht. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Aber, ja, es ist sehr schön, dass die Staffeln jetzt so schnell rauskommen. Ich freue mich dann, wenn Staffel 6 draußen ist. Und die weiteren mit Maike, wie gesagt, meine Lieblingsstaffeln. Für mich persönlich. Aber da muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Ja, meine Lieben. Dann sind wir jetzt erstmal fertig mit Staffel 5. Ihr werdet gar nicht so lange warten müssen, bis ihr mich im neuen Jahr wiederseht. Kommt drauf an, wie schnell mein Animoon-Paket hier ankommt. Aber ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Rutsch, ein wunderschönes Silvester euch. Und natürlich einen fantastischen Start für 2022. Ich glaube fest daran, dass 2022 endlich wieder ein gutes Jahr wird. Auch wenn wir weiterhin mit der typischen Sache zu kämpfen haben. Aber es wird ein tolles Jahr. Ja, deswegen einen frohen Rutsch, tolles Silvester und einen schönen 1. Januar und schöne 1. Januartage. Wir sehen uns dann hoffentlich in den 1. Januartagen schon wieder. Bis dahin, meine Lieben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank für eure tolle Unterstützung in 2021. Dass ihr hier trotzdem so gut mitmacht. Auch wenn wir immer noch die Probleme haben mit den Kommentaren. Vielen Dank für alle und an alle, die trotzdem kommentieren. Die, die Videos liken und schauen. Ihr seid super. Bitte bleibt auch 2022 weiterhin dabei. Und dann würde ich sagen, sind wir hier fertig mit dem Video. Mit 2021. Wir sehen uns bald. Bis dahin. Ciao.